Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video ihr Lieben. Heute gibt es meine langersehnten eingedickten Kirchen, wonach ihr alle bei Insta gefragt hattet, als ich sie jetzt ein paar mal gezeigt habe. Und zwar habe ich damit meine Torten gefüllt und ich würde sagen, wir brauchen dafür auch wirklich nicht viele Zutaten und legen direkt los. Viel Spaß beim Zuschauen. Und wisst ihr, was richtig geil ist? Wir brauchen dafür nur drei Zutaten. Vanilleschoten, Kirchen und Speisestärke. Alternativ könnte man noch ein bisschen Rohrzucker nehmen, aber ich finde, es ist schon immer süß genug, wenn man es in der Torte als Füllung benutzt und von daher mache ich es immer ohne Zucker. Was ich euch aber auf jeden Fall mit ans Herz legen kann, sagt man das so? Keine Ahnung. Aber verwendet auf jeden Fall richtige Vanilleschoten und kein Aroma, denn der Geschmack ist wirklich ein ganz anderer und ich sage es euch, benutzt richtige Vanilleschoten. Ich benutze hier die von Asafran. Ich verlinke euch die unten im Text. Ich habe einen Rabattcode für euch. Es ist ein Zehnerpaket. Ihr habt es gerade eben gesehen. Das ist ewig haltbar. Das ist luftig verpackt. Und eine Schote kostet in meinem Code nur 1,78 Euro. Und es ist wirklich eine super Qualität und ihr bekommt so viel Mag aus einer Schote. Also ja, bestellt sie unbedingt. Es ist ein Muss in jeder Backküche. Zuallererst lassen wir jetzt hier die Kirschen einmal abtropfen. Ich mache das direkt in dem Topf, wo ich auch gleich alles drin erwärme. Und ich habe es extra nochmal umgeschüttet, da immer die Frage kommt, wie viel Milliliter Saft ist es denn? Weil es gibt ja kleine Gläserkirschen und große Gläserkirschen. Und genau, hier seht ihr es jetzt nochmal. Das sind 350 Milliliter Saft. Und nur die verwenden wir auch. Wir geben kein Wasser mehr dazu. Die Speisestärke lösen wir dann einmal in dem Kirsaft auf. Achtet natürlich darauf, dass ihr hier auch einen Silikonschneebesen nehmt. Ich verlinke euch auch mal hier meine Töpfe unten in der Infobox. Ich habe mir ja neue bestellt und die sind wirklich super, weil die die Hitze sehr gut verteilen und die Sachen da einfach kaum anbrennen können oder beziehungsweise gar nicht anbrennen können, glaube ich. Also mir ist da auf jeden Fall noch nichts angebrannt und das heißt schon was. Genau, ich gebe die Vanilleschoten, das mag noch rein, verrühre nochmal und dann geht es auch schon ab. Auf den Herd bei mittlerer Stufe, beziehungsweise ich gehe mal auf Stufe 6, 7 von 10. Also nicht auf volle Pulle, aber auch nicht auf ganz kleine Stufe. Und jetzt heißt es wirklich warten, rühren, warten, rühren. Das Ganze dauert auch schon mal bis zu 6, 7, 8 Minuten, aber ich erhitze es lieber auf langsamer Stufe, weil wie gesagt, wenn ihr das jetzt direkt auf volle Pulle hochstellt, dann kann sein, dass es zu schnell erhitzt und euch dann nachher irgendwas anbrennt. Falls ihr jetzt nicht so einen Topf habt, wie ich da habe, aber genau. Ansonsten schreibt doch gerne in die Kommentare, was ich für euch noch für Rezepte ausprobieren soll, was ihr sehen möchtet. Mein Himbeerkört steht jetzt ganz oben auf meiner Liste, da haben jetzt ganz viele nochmal nachgefragt. Das werde ich jetzt nochmal abfilmen. Und ja, ansonsten, was kann man mit eingedickten Kirschen machen? Ich verwende sie tatsächlich sehr gerne als Tortenfüllung und mache da auch gerne Dessert mit einfach so einem Mascarpone-Sahne-Dessert mit eingedickten Kirschen, super lecker. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wofür ihr oder womit ihr eingedickte Kirschen am liebsten esst. Oh ja, Waffeln. Boah, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Waffeln mit eingedickten Kirschen. So, ihr seht aber jetzt schon die Konsistenz. Das Ganze ist jetzt halt so ein schöner, dicker Pudding. Wir kratzen alles nochmal hier vom Rand ab und nehmen natürlich erstmal die Vanilleschoten raus. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, unsere Puddingmasse ist natürlich heiß. Also, ja, Vanilleschoten schön hier abkratzen, einmal nochmal verrühren und dann geben wir auch schon unsere Kirschen mit dazu. Das Ganze heben wir dann ganz vorsichtig mit dem Teigspatel unter, dass wir die Kirschen jetzt nicht platt drücken. Ja, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich gebe die Kirschen dann so wie sie sind, also noch warm, auch direkt in meine Glasschüssel. Und ihr könntet sie jetzt mit Frischschattefolie abdecken, damit sich dann keine Haut drauf bildet. Aber ich gebe einfach immer direkt einen Deckel da drauf und da bildet sich eigentlich auch keine Haut. Und bevor ich sie natürlich zum Füllen meiner Torten verwende oder als Dessert, rühre ich das Ganze eh nochmal vorsichtig durch. So, das war's dann auch schon wieder. Ich zeige euch das nochmal kurz, wie ich meine Torte letztens damit gefüllt habe, damit ihr das hier auch nochmal als kleine Inspo seht. Und ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir auch gerne bei Instagram und TikTok zu folgen. Und wenn ihr irgendwas von mir nachgebacken habt, dann verlinkt mich immer sehr gerne, damit ich das auch sehen kann. Ja, und ansonsten habt einen wunderschönen Tag, lasst ein nettes Kommentar da und bis ganz bald, ihr lieben süße Grüße. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!